Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest ausnutzen einer Eröffnung, anzunehmen bei Tasarian, in der Eiskrone, in diesem Gebiet. Also die Quest ist auf dem Flugschiff, die Himmelsbrecher anzunehmen. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch hin wie heute LK Classic helfen. Der Flug dauert jetzt ein bisschen. Ich könnte euch noch darauf hinweisen, ich habe auch eine Facebook-Seite, ein Twitter-Kanal. Und ja, auf den Twitch-Kanal habe ich euch schon darauf hingewiesen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Facebook-Seite und auf der Twitter-Seite poste ich die Software, was ich gerade mache, was ich aufnehme, was als nächstes ansteht. Könnt ihr gerne vorbeischauen, liken, folgen, abonnieren, was auch immer auf diesen Seiten geht. Ähm, eventuell ist was für euch dabei, was euch nützlich kommt oder toll vorkommt. Also könnte es sich lohnen. Nun muss man hier seitlich vorbeifliegen, an dieser Treppe. Oder an diesem Podestaufstieg, wie auch immer. Und an der Stelle fliegen wir quasi unter die Treppe. Und das sind wir auch schon. Quest ist abzugeben bei Hauptmann Kendal. In der Weißkrone. An dieser Position. Ich hoffe, ihr habt meinen Weg verfolgt. Ich denke mal, das Video könnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.